Ja, ich bin Andrea, 44 Jahre und spiele schon seit einigen Jahren hier in der Musikschule Bad Fiddlewil Klavier. Ja, ich habe mit Klassik angefangen Klavier zu spielen, als Kind und Jugendliche, dann eine Zeit lang aufgehört und jetzt vor ein paar Jahren wieder in der Musikschule Bad Fiddlewil angefangen, Pop und Jazz hauptsächlich zu spielen. Das ist für mich was völlig Neues, weil ich plötzlich keine Noten mehr habe, sondern frei spielen muss nach Akkorden. Das war für mich wie eine neue Sprache zu lernen. Und mein Ziel wäre tatsächlich irgendwann auftreten zu können und sei es nur, dass ich irgendwann mal in einer Hotelbar spontan mich ans Klavier setze und spiele. Zum ersten Mal möchte ich heute mit meiner Freundin Andrea Bad Day spielen von Daniel Pauter. Bis zum nächsten Mal. They tell me your passion's gone away And I don't need no caring more You're standing alive just to hear the new love You're faking a smile with a coffee to go They tell me your life's been way off line You fall into pieces every time And I don't need no caring more Because you had a bad day, you take it one down You sing a sad song just to turn it around You say you don't know, you tell me don't lie You work with a smile and you go for a ride You had a bad day, the camera don't lie You cut me back down and you really don't mind You had a bad day, you had a bad day Natürlich würde ich wahnsinnig gerne mit anderen, auch mit Musikern spielen können Oder in einer Band spielen oder vielleicht sogar irgendwann mal im Jazz-Trio, wenn ich 100 bin Aber naja, also ich arbeite darauf hin, dass ich vielleicht mal auftreten kann mit dem Klavier Oder ich ja das aufhören Und dann kann ich auch noch einen Williams-Trio Und dann kann ich auch noch mal YOUR daughter Und dann kann ichах mir das eben irgendwie etwas Angst sustent interventions Vielen Dank.